Hallo und herzlich willkommen zum Pflügen, weil Pflügen bringt der jetzt was. Das ist ja das Schöne. Es sind zwar nur 10%, aber 10% mehr Ernte bedeutet 10% mehr Geld. Ich werde immer, mich alle auf einmal immer so nach und nach die Felder pflügen. Ich muss ja nicht jedes Mal pflügen zum Glück. Ich muss mal sehen, ob man jedes zweite Mal oder was anders eingestellt ist. Mal schauen. Was die Macher sich so ausgedacht haben. So, was habe ich bis jetzt gemacht? Ein paar Felder bestellt. Geld muss ja auch reinkommen. Schon einmal Die Spritzen drüben habe ich angesehen. Also Darauf freuen wir auch schon. Schön mit Hopper Maus. Nee, Hopper Maus ist das ja gar nicht. Wie nennen sie jetzt mal Hopper Maus? Ist zwar nicht die Hopper Maus, aber er gibt ja auch schon als Mann. Ja, und Demnächst muss ich auch noch Mais häxeln. Warum hat der jetzt so einen Versatz drin? Und was jetzt eigentlich auch gibt, ist Cosplay. Cosplay ist ja auch ein Helfer. Ein Erntehelfer. Nicht nur zum Abfahren, auch zum Feldarbeit. Ich hatte hier gepflügt. Mit Cosplay habe ich meine Felder gespritzt. Ah, ärgerlich. Habt ihr jetzt in den Flug zugegeben? Ich roll. Ja, also Mais machen, Rüben, die normale Ernte, Getreideernte und so. Aber ich will ja Kühe machen. Äh, also Kühe anschauen. Es waren noch nicht viele zum Anfang. Es waren noch ein paar. Irgendwie habe ich jetzt den... Oh, ich... Ich werde jetzt manchmal den Flug zugreifen. Weil Mais machen wird mir Geld kosten. Also Mais häckseln. Ich brauche eine Lage für die Tür. Irgendwie so 50.000. Ich muss einen Häcksel ermieten. Mähweg dazu. Jetzt der mit dem Radlader hochschieben. Weil wenn die Funktion da ist, nutze ich sie auch. Das wird zwar nicht viel sein, aber wird es ein bisschen dauern. Ich muss noch gucken, ob ich mir vielleicht einen extra Hänger miete. größeren. Oder mit meinem Kleinmach. Ich hoffe, wer da bis dahin Auto-Combine gibt, dann kann ich den Hexler ja auch über dem Helfer fahren lassen. Aber... Gibt es ja noch nicht, weil er normale Helfer ist ja. Naja. Ist ja normale Helfer. Gibt es ja noch nicht, weil er nicht so gut ist. Ziehen wir das mal so ein bisschen gerade hier. Jo, was sieht noch so schön aus? Ab mal den Mod Fuel, irgendwas mit Fuel, zeigt er mir an, mein Verbrauch. Immer neben der Tanksäule sind da jetzt zwei Zahlen. Einmal der Verbrauch, 64,5 und daneben nochmal, wieviel Liter drin sind. Ist gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ein Problem, dass ich... So ein netter Future. Hat was. Ja, der andere Träger wartet noch auf links oder links, der zweite mal spritzen kann. Passt soweit. Ja. Dann habe ich, ist vielleicht auch ein Pfeffer, erster. Ja. dass da die Türen so teuer sind. 5000 So überlegt, vielleicht erst mal 20, dann sind es mal 100.000 Hab ja jetzt soweit alles Stroh, Heu, Blas, Solage folgt demnächst Schafe würde ich, hätte ich gerne gemacht, aber sind auf einem anderen Hof. Daher sieht es mit Schafen schlecht aus. Weil auf dem Hof, wo ich bin, sind Kühe und Schweine. Schweine ist noch zu viel Aufwand. Oh, ist gut. Deswegen erst mal Kühe. Sozusagen eins nach dem Annen. Irgendwo ist hier ein Spächen. Irgendwo ist hier ein Spächen. Irgendwo ist hier ein Spächen. Durch den Busch. Irgendwo ist hier ein Spächen. Von da her. Es ist bestimmt lustig, das Heck. Hoch ist ja nun mal auch nicht mehr größte. Flugdreh nicht vergessen. Das würde ich ja auch keine machen, aber... Das sind die Lausen. Aber das will hier nicht. Ich habe noch keine andere schöne Map gefunden. Aber hier... Wenn ich speichere... Seit ich bin neu lade, sind die Bäume gefällten Bäume weg. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Aber ich freue mich schon echt noch früh. Aber ich freue mich schon echt noch früh. Auf dem Akten liegen lassen? Auf dem Akten liegen lassen? Denn naja, schön mit der Europa-Maus. Mal nachher, denn durch die Kühe ja ein bisschen den Verdienst. Mal nachher. Mal nachher, bitte. Mal nachher, bitte. Aber Kuss ist eine schöne Hilfe. Sondern es werde ich nachher wieder etwas größere Map-Spiele. Mal nachher, bitte. Mal nachher, jetzt ein bisschen mehr. Mit den ganzen Düngen. Düngen oder Spitzeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020